War ja so klar. Dieses Mal war das Spiel nett genug, einfach abzustützen, statt mich verstecken zu lassen. Gottverdammt, es passiert einfach immer wieder und wieder. Es ist mal wieder eine Stadt über mir entstanden. Oder eine Straße. Tja, klar. Auf einmal ist es dunkel. What the hell? Das Spiel ist abgestürzt und meine Basis ist nicht mehr da. Ist klar. Ist klar. Es ist keine Stadt entstanden, aber meine Basis ist weg. Und es ist Nacht. Ja, klar. Danke, Spiel. Danke. Abstürze sind sowas von doof. Okay, ich brauche wieder Schafe. Das Spiel ist gnadenlos. Einfach nur gnadenlos. Warum das ausgeglichen Nacht passieren musste. Äh, okay. Mein Inventar ist voller Käse. Ich habe die ganze Nacht nie dort verbracht. Na gut. Ähm, habe ich genug Zeug für ein Bett? Leid, grey wool. Habe ich ein Bett? So ein Mist. Die ganze Basis ist nie passiert. Aber ich habe jetzt nicht genug Schafe. Äh, okay. Vielleicht, äh... Nein, die Stadt handelt nicht nachts. Wenn ich dann wenigstens nachts handeln könnte, sodass ich dann nachts was kaufen kann, damit ich ein Bett bauen kann. Nee. Geht doch nicht. Ich habe mein Inventar. Irgendwie ist hier alles durcheinander. Ja, 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 ja. Ich habe kein Bett und nicht genug Wolle. Ach doch, ich habe genug Wolle. Irgendwann lerne ich es noch. So, weg damit. Muss ich die Basis nochmal bauen? Ach, das wird gnadenlos dokumentiert. Wenn Minecraft abstürzt, ähm, stürzt es halt ab. Und dann habe ich hier Erde mit Minecraft. Tja, so kann es gehen. So. Wie will ich denn hier eine Tür bauen? Was habe ich mir denn hier wieder geleistet? Ach, nee. So. Ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch. So. Egal, ich baue einfach eine Tür, die hier in der Luft rumhängt. Oh Gott, fürchterlich. Diese Basis ist nicht gut, ich meine Stolz. Und ich hätte gern noch etwas Holz. Für ein Bett. Ich werde nie verstehen, warum ich zwei Holzblöcke brauche, um einen Stock herzustellen. Warum kann es nicht einfach ein Holzblock sein? Als wenn der Hund in den Nachrichten da wäre. Zwei Holzblöcke für vier Stöcke. Ah, das ist doch Käse. Das ist doch ineffizient ohne Ende. Wer macht denn sowas? So, und diesmal bitte nicht abstürzen. Danke, Minecraft. Doch. Dinge. Vielen Dank.